Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tom Clancy's Division 2. Wir machen heute die Haupteinsätze. Einen zumindest. So, dann haben wir eine neue Fraktion, die... Wie ist denn jetzt? Ah, ich habe es gehört und schon wieder vergessen. So ein Taskmask oder sowas. Was ist mit euch, Renzo? So, schauen wir mal, weil die Hauptmission ist gleich hier drüben. Da waren wir schon mal drin. Aber wenn sich das wiederholt, gell, diese ganzen Missionen, dann ziehe ich es vor, nach New York zu gehen. Oder sich erstmal oben die Inseln anzugucken. Was war das hier? Inversion normal? Mal. Das ist die Hauptaufsache. Aber es gibt weitere Ziele mit hoher Priorität, die sie ausschalten sollen. Die Codenamen sind Puck, Roadblock und Carver. Was? 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 Kommt er nicht weg vom Auto? So, was hast denn hier? So, das ist eigentlich mal das Maschinengewehr. 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 Das war cool. Oh. Bestätigung, das Pack erledigt ist. Gut. Zäubern Sie weiter das Gebäude. Hm. Oh, weiß ich nicht, ne? 105.000. Jawohl. Gehen wir doch mal ein bisschen spielen. So nicht. Verstöre. Verstöre. Ich habe keinen Schlüssel dafür. Verstöre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 20 Sekunden Hier drüben! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 20 Sekunden Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Dach erreichen, okay Checkpoint erreicht Schauen wir mal, was da jetzt auf uns wartet Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, zu nah, zu nah, zu nah Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? Was ist das? Auf dem Dach hat sich weitere Verstärkung in Bewegung gesetzt. Aber Verstärkung für uns. Das war's für mich. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, klar. Missionen wiederholen sich und darauf habe ich ehrlich gesagt keine große Lust mehr. Weil das war somit die erste Mission, die wir hatten, ne? Ne, dann gucke ich mir lieber New York an. So, jetzt zwei Minuten hier ausharren und kämpfen. Feinde? 50 Minuten abgeschlossen. Ja genau, und du lebst weiter, oder was? 75 Prozent abgeschlossen. So, jetzt noch nicht. 100 Prozent bis zu. Jetzt noch nicht. Das war wohl nicht. Das muss man irgendwann auch weitergerufen haben. Ja, das muss man sich versuchen. Das muss man ja schon sagen. Aber das muss man ja auch keinen. Das muss man ja auch sagen. Also wenn man ja auch nicht mehr so einen... Oder ein bisschen mehr so einen... Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr gut. Damit wären alle drei Prioritätsziele erledigt. Die Verstärkung betrifft das Erdgeschoss des Gebäudes. Verstanden. Agent, da kommt einiges auf Sie zu. Ja, aber dann kommt mal die Verstärkung für uns gar nicht, oder wie? Weg fällt mir nicht. Was? 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 Wie kommt man denn dahin? Das wäre vom Helikopter aus, ne? Dann würde ich eher sagen, die nächsten zwei Folgen. Schauen wir uns mal die, die zwei oberen Inseln an. Einfach nur so Interesse halber. So. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Tom Clancy's Division 2. Ciao, macht's gut.